Das finde ich auch so spannend. Das Wasser, was hier in den Ozean dann mündet, ist ganz, ganz kalt und ich denke mal, das kommt von den Bergen, weil es schmeckt süß und mündet dann hier eben über diese kleinen Flüsse zusammen mit dem Salzwasser. So ist alles im Leben ein Kreislauf. Hallo ihr Lieben, wir haben Montagfrüh, wir warten jetzt auf unser Taxi. Unsere Koffer sind schon gepackt. Das ist tatsächlich alles, was wir aktuell in unserem Leben besitzen und das ist völlig ausreichend. Und so leben in so einem Überfluss und braucht wirklich sehr, sehr wenig. Selbst das ist eigentlich noch zu viel, durften wir feststellen, aber ja, im Haus werden wir das vielleicht mehr nutzen. Da sind wir jetzt ein bisschen länger, da werden wir, denke ich mal, auch alles auspacken und einräumen. Und ja, jetzt warten wir auf unser Taxi. Mein Mann kümmert sich gerade noch um einen neuen Roller für da unten in Lamei. Und ja, dann nehmen wir euch gleich mit in das Häuschen. Willst du ein Stück noch fahren? Ja, jetzt haben wir schon so ein großes Auto und das passt nicht ganz rein, aber der Onkel macht das jetzt. Haben wir alles draußen, Paul? So, und wir sitzen jetzt im Taxi auf dem Weg in unser neues Häuschen. Ich wollte euch, hier liegt nämlich eine Karte, ich wollte euch einmal zeigen, um euch ein bisschen abzuholen, wo wir gewohnt haben und wo wir jetzt hinziehen werden. Und zwar, das ist Kodamuni. Und wir haben ungefähr jetzt hier in Venam gewohnt. Und jetzt hier mit dem Taxi ungefähr hier hin. Da ist irgendwo unser Häuschen. Hier ist irgendwo die Schule. Und hier ist die erste Lamei. Da sind wirklich richtig schöne Strände. Und hier unten, die haben wir sogar nämlich, wenn man dann runterfährt, haben wir nämlich auf die Schweineinsel gelangen. Ähnlich wie auf den Bahamas ist das, glaube ich. Wo die Schweinchen am Strand schwimmen, können wir hier auch mit den Inseln gelangen. Mama, wo ist Deutschland? Deutschland ist eigentlich nicht drauf. So, da sind wir also. Äh, take this way, Jerome. Haben wir alles? Ja, unser Mixer. Pauli, let's go, let's go home. Hier ist unser Häuschen. Okay, let's go. Welcome to our new home. Hier ist unser Eingangsbereich. Natürlich ein ganz kleines Schubblütenshäuschen. Also hier Küche und ein kleines Sofa. Da geht es zur Terrasse. Aber man kann hier einmal komplett im Kreis sozusagen. Hier ist unser Schlafzimmer. Hier gucken wir uns mal gleich noch alle auspacken. Unser Badezimmer. Und dann haben wir hier genug Staumöglichkeiten. Hier meine Außendusche. Auch richtig nice. Und hier ist unser Pool. Klein, aber fein. Zum Abholen reicht es. Das war eine neue Arbeitsplastik. Hier können wir dann essen. Die Kids haben schon ein bisschen Hunger. Ein bisschen Brot schmieren? Ja, it's okay. Guck mal, ich schmier was aus dem Kuchen. Ja, extra für Kinder. Hier wird dann wahrscheinlich das Kinderzimmer sein. Mit dem eigenen Bad auch. Und that's it. Hier geht es wieder rein rein. Und hier ist, hier sind die Nachbarn. Die ganze Anlage ist ziemlich ähnlich aufgebaut vom Stil. Sieht wirklich sehr, sehr schön und schnicklich aus. Und wir gucken, dass wir vielleicht in diesem Wohngebiet bleiben. Und wir gucken, dass wir vielleicht in diesem Wohngebiet bleiben können. eher grüße. Ich liebe dein T-Shirt, zu busy, zu fit in. Pack das System. Hey, 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 Pauli. Das macht wieder. Aber der arme Paul hat keine T-Shirts mehr. Wir haben irgendwie zu lange mit der Wäsche gewartet und jetzt alles im Lounge. Und wir haben unseren großen Roller wieder. Perfekt. So, wir haben ein richtig cooles Café gefunden. Mixi isst hier einen Avokale Tomaten Bagel. Hier gibt es ganz viele tolle vegane Portionen. Vegane Waffeln. Und Sergei hat einen schwarzen Vegan. So, ich habe mir heute gegessen. Sehr schönes Kuchel. Guck mal, hier gibt es roh vegane, glutenfreie Snickers. Yummy. Und das ist auch vegan. Macaros? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, sie müssen mit Ecken sein. Auf zur Beach, ihr Hübschen. Wir gehen gerade zum Strand. Heute ist es ein bisschen bewölft. Deswegen perfekt heute, um am Beach zu chillen. Hier ist eine kleine süße Bar. Und Maxim und ich wollen gleich Paddleboard fahren. das ist ein bisschen was. Ich hoffe, dass wir hier haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020